Tja, ja Leute, ich bin jetzt schon Stufe 5. Willkommen zurück! Und da ich Stufe 5 habe, kann ich mir jetzt eine neue Waffe holen. Im Shop von diesem komischen... Wie ist der? Hallo nochmal! Ach, Artie. Hallo, welche Waffe darf es heute sein? So, genau. So, deine Stufe hat sich erhöht, Mann. Da bist du auch cooler geworden. Da habe ich doch glatt was Neues für dich. Den 52 Gallon. Probier ihn mal aus. Als Hauptwaffe sorgt er mit extra großen Düsen für ordentlich Tinte in der Arena. Das Schusstempo ist aber gering. Wirst du in der Patsche, dann aber... Okay, ja, ja, alles klar. Jetzt wird er wieder den ganzen Quatsch hier, was damit zusammenhängt. Das ist doch nicht alles! Du bist jetzt auch offiziell bereit für den N-Zap 85. Der N-Zap ist ein hocheffizientes Tintenwunder mit temporeichen Schussqualitäten. Und das werde ich ausprobieren. Hab natürlich auch genug Geld dafür, okay. Die Angriffskraft ist eher gering, doch hält der Gegner auch noch auf Trab, wenn sie kaum noch Tinte haben. Zusammen mit Echolator und Klecksbomben ist dies ein Set für Kämpfer, die gern im Revier markieren. Und hier sind schon diese Update-Versionen, die wir ja gekriegt haben durch unsere Einzelspieler-Kampagne. Ähm, ich werde das hier nehmen, der N-Zapper. Und das ist Spezialwaffe-Echolator. Heubolie, Tintenwall, krass, ey. So, das hier bitte. Kaufen! Und gleich mal anlegen. Yeah! Eine Hommage an den damaligen Nintendo-Zapper, der damals rauskam. Vielen Dank, Mann. Brühe einfach anpassen, um auszurüsten. So, das hat erstmal wieder kein Geld. Toll. Aber ich gehe jetzt erstmal gleich wieder sofort in die Arena rein. Und ich bereite auch erstmal die Rüstung. Ähm, weil kann ja nicht schaden, wenn ich die jetzt erstmal, sag ich mal, so weit aus-Skille, dass die jeden Effekt hat. Und dann switche ich einfach zu der anderen Rüstung, die ich, ähm, zu der anderen Rüstung, die ich bekommen habe durch den Abenteuer-Modus. Und das wäre dann bloßig. Ja, das wäre bloßig denn. Erstmal kann ich erstmal das ganze Set so ausgehen, mir wieder Gedanken mache, mir eigene Sachen richtig zu kaufen. So, und wir warten jetzt erstmal wieder, bis wir eine neue Truppe getroffen haben. Ah, da geht's schon los, Mann. Richtig nice. So, Alter, wir brauchen wieder übelst viele Punkte, eh ich mal wieder ein Level abkriege, aber okay. So, färbeln wir möglichst viel ein. Leider auch, ähm, die Welten haben sich leider nicht geändert. Ja, flupp. So, ich bin bei einem Nintendo-Zapper hier, Alter. Ach du Scheiße, oh, der hat den geilen Pinsel. So, der hat den geilen Pinsel. So, der hat den geilen Pinsel. Okay. Oh, geil. So, der kann ein bisschen mehr im Combat-Modus hier, dass ich ein bisschen mehr angreifen könnte. So, lass mal hier hoch. Oh, verdammt. Oh, da ist ein grüner. Da geht mal hin. Da werde ich mich mal ran sneaken. So. Das Einfärben muss man halt echt irgendwie den mit den Rollern überlassen, aber ich kann auch ein bisschen einfärben. So. Bisher macht der Sepp eigentlich einen coolen Eindruck. So, das macht dann nochmal der Echolator. Das ist das, wo diese komische... Mach das einfach mal. Oh. Was war das denn? Was hat der Echolator jetzt gemacht? Das hätte ich vielleicht mal vorher durchlesen sollen. Heh. Ja, ja. Sorry, Mann. So, Mann, warum ist hier das Gebiet hier noch gar nicht eingemalt? Das bringt ja auch immer so viel. Das bringt ja auch richtig viel. So, also, naja. Mehr als man denkt. Eventuell. Überraschungsmäßig. So. Mal hier lang gucken. Dü-dü-dü-dü. So, Inferno hat ihn eingesetzt. Okay, okay, okay. Mann, ich will hier nicht die ganze Kleinarbeit noch machen. Ich muss, äh... Okay, okay, okay. Gut gemacht. Feuer umgeboxt. Der Bock liegt da oben. Durch Erbeschicken nicht. Äh, versteck mich mal hier. Vielleicht ist da vielleicht nur einer da. Tschüss, Mann, du Sau! Oh, verdammt, ey. Die Angstkopf war wirklich scheiße. Die kamen voll auf die Traum. Irgendwie, ja. Was passiert? Wow! Alter, was ist mit ihm? Das ist einfach so ein Schwert. Boah, den will ich auch haben. Den Pinsel will ich auch haben. Den kann er wie ein Schwert benutzen, so wie es gerade aussage. Die fatz, 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 fatz. Und trotzdem kann man noch wieder rummalen. Geil. Boah, ich muss noch so viel spielen. Das tut mir leid, ja, dass sie jetzt eigentlich rein als Playtechnisch. Rein als Playtechnisch. Ja, schon so weit fortgeschritten bin. Aber halt vom Online-Modus noch gar nicht so viel gespielt habe. Ich wollte es auch nicht während der Story-Modus, wollte ich auch nicht Off-Screen machen und so. Aber, na ja, wie gesagt, eventuell mache ich es halt dann doch Off-Screen bis Stufe 10. Ich mache hiernach noch einen Online-Part. Stopp, du Sau! Kriegst du mich nicht, kriegst du mich nicht. Oh, Mann. Tarn mich mal. Ha! So. Das hat doch nicht gerechnet. So. Okay. Doodle-Lay-Dow-Dow. Das ist alles hier bemalen. Mein Team kann sich auf mich verlassen. So, war jetzt halt inner. Was war das denn hier gerade? Äh. Also ich verstecke den Kabinett hier. Ich habe ihn nicht gecheckt. Ich habe es nicht gecheckt. So, Bombs away. Oh, so will ich Tinte. Glück, Glück, Glück. Einfach mal Bombs away. So. Okay. Doodle-Lay-Dow-Dow. So, Gott. Hier oben ist wieder. Da ist der Typ, der mich umgebracht hat. Den Arsch mal platt. Oh, nicht der. Du nicht. Du kannst abhauen. Warte mal, 10 Sekunden. Oh, nein. Dum, 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 dum. Äh. Oh, hat er mich noch ins Wettet mal gekillt. Dieser Arsch. Oh, du Scheiße. Naja. Könnten wir das noch geschafft haben? Oh, yes. Oh, nice. Sehr gut. Plus 300 Siegespunkte. Und damit steigen, weil ich weiß, was die alle für Klamotten anhaben. Ich bin bestimmt der ausgeflippteste hier. Oh, geil. 1000 Punkte. An sich von allein schon gemacht. Das heißt, ich kriege jetzt 1300, ne? Oder? Ne. Ah, okay. Gut. Gut. Und die Erfahrungspunkte dauern auch noch eine Weile bei dem ganzen Equipment. So, aber gucken wir den eigentlich. Die hat es doch als Fatz irgendwie. Aber naja. Wir warten auf die nächsten Spieler. Da sind sie auch schon. So, wir sind schon flotte Sprotte hier. Plus 1,5. Plus 1,5? Heißt das wegen Erfahrungspunkte oder sowas? Ey, das wäre ja geil. Da müsste ich richtig krass zocken, dass sich alles so multipliziert. So, okay. Haben wir ein bisschen. Okay, wie gut. Wir haben auch zwei so eine Pinseltypen in unserem Team. Vielleicht erinnert, der mich gerade zweimal getötet hat. Das ist vielleicht genau der. So, okay. Okay, der macht sich hier schon. Sehr gut. Sehr gut, du oller Typ. Der oder der Nintendo ist ja bei. Okay, okay. Ich würde auch gerne mal neue Welten zocken. Aber das ändert sich ja irgendwie täglich so. Aber die Zeiten weiß man nicht genau. Und ich jetzt jedenfalls nicht. So, hier bringt ja nix. Aber das hier bringt was an zu malen. Das nix. Aber das hier oben. So. Oh. Ach, der da hinten. Kriegst du mir eh ne? So. Guckt dir das an. Ich stelle mir hier und beballern uns. Hinsidei. So. Dann gehe ich mal in die Hölle des Löwen. Oh Gott. Äh. Ein neues Thema, Kumpel. Ich helfe hier auch. Das ist aber verdammt. Das war sein Verdienst. Oh. Oh, okay. Puh. Das war knapp. Ah. Ah. Hier wieder. Okay. Alter. Da stand halt der, wie er hat irgendwie anscheinend nicht so gut getroffen. Dass ich ihn noch erledigen konnte. Hahaha. So, okay. Ich glaube, ich gehe so mal hier nach oben rauf. So, um ein bisschen ein guter Aussichtspunkt. Ach, hat er da auch so ein Ding oben hier gestellt. Oh, nicht schlecht. Ob er von oben alles einfärbt. So. Ich mache mal oben mit hier. Bisschen rumstrahlen. So, das ist ja auch so ein Riesengebiet, ey. Was eigentlich echt unbedingt eingenommen werden muss. Hops. So, okay. Jackie kommt. Dup, 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 dup. So. Ja, der Pinsel ist geil, Mann. Der schlägt da richtig mit so einem Schwert und malte alles an. So, hier, Mann. Aber ich glaube, ich habe irgendwie so wenig Tinte für eine Bombe. Okay, da kommt er, da kommt er. Ey, wo ist er hin? Ach, wo war der denn gerade? Der hat die Visier hatte. Voll ist Schut einfach weg. Okay, äh, hm. Sieht ein bisschen übel aus. Ich gehe mal da hinten hin. Bisschen mal mitnehmen hier. So. Hier muss ich mal hin. Hier sieht es so aus. Wie scheiße sieht es hier aus. Hier, alles orange. So, das ist Mist. Das ist Mist. So. Gluck, 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 gluck. So, okay. Jetzt bin ich Tinte wieder. So, okay. Dum, 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 dum. Glück, gluck, gluck, gluck. Leute, ihr könnt mir vertrauen, Leute. Ich mache das hier alles. Ja, ich bin der Coolste. Ich bin so cool. Ja, ich bin so cool. So. Muss erst mal reichen. Oh, Mann, ey. Sieht übel aus, Leute. Sieht übel aus. Da ist dann ja eine Bonus schon mal weg. So, okay. Ah! Nein! Verdammt, ey. Da hat er ein bisschen stärker war. Ah, da hat er dann dafür ein Ding, Alter. Vor so ein goldenes Teil. Das wäre jetzt schnell, ähm, so ein Kumpelbeam. Komm schon, komm schon. Wow! Ey, ich helfe dir, Mann! Oh, nein! Äh. Alter, von da hinten hat er getroffen. Ist ja krass. Na gut, ähm. Es sieht komisch aus. Ich weiß nicht genau. Könnte sein, dass wir trotzdem gewonnen haben. Schaut mal. Ha. Oh, mein Gott. Äh. 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 Oh, knapp, ey. Yes! Wieder gewonnen. Wuhu! Hm, 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 hm. Plus 300 Punkte. Extra Sieg. Und das gibt schöne Erfahrungspunkte hier, ey. Sowohl für meine Klamotten, als auch für mich. So. So, okay. Auch schon wieder 3000 Geld. Machen wir weiter. Nur Kampf fortsetzen, klar. Macht Spaß mit dem Sepper. Okay, Leute, wir warten. Oh, ich glaube, wir müssen nicht lange warten. Die scheinen alle noch mal gewillt zu sein, noch mal mitzumachen. Ja. Okay. Obwohl, ich merke mir die ganzen Namen nicht. Ja, Stufe 18, Stufe 20. Es sind schon voll viele. Haben die überhaupt alle den Story-Modus durch? Wenn ja, haben sie einfach zu viel Zeit. So, wieder am Koffer für Schlager. Okay. Kaufen. Okay. Pinselman ist wieder da. Oh, oh. Und die haben auch einen Sepper bei sich. So, okay. Dann mache ich erstmal hier hinten alles. So. Mein Team, ne? Ein paar Stimmen nach vorne. Ein paar bleiben hinten. Du, 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 bum, 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 bum. Du, 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 du. Ja. Wird ohne eingefärbt. Okay, okay, okay. Alles hier einfärben. Ich will meine Leute schon mal rückwirkend, dass wenn die an der Front jetzt sterben, dass ich hier gleich wieder einen geilen Weg habe für die, den Weg gemacht habe, dass sie hier... Oh! Ach ja, bin ich erwischt. Wie funktioniert eigentlich so ein Ding? Kann man dann einfach auf der Karte tippen und irgendwie abballern? Das wäre ja cool. So. Wird ja mal wieder, weil ich auch damals mal gemacht habe. Bis dann noch am Anfang. Das würde ich ja mal wieder machen. An der Basis der Gegner da campen. Der war voll fies. Ich glaube, dafür ist meine Waffe ein bisschen zu schwach. Die dauert zu lange, darauf zu ballern. Und deswegen... Lass ich's lieber... So, ich werde mal eine Bombe. Böde. Ich muss auch mehr Bomben werfen. Ich muss mehr strategisch so... Ey, wie hat er das geschafft? Was? So... Scheiße, ey. Mit Airbrush RG erledigt. Verdammig. Ist ja voll gemein. So. Schnell mal. Hups. Okay. Ein bisschen schneller, ein bisschen schneller. So, wegen Kleinkram sollte man sich eigentlich auch nicht aufhalten lassen. So, hier... Was zum? Alter, von links! Oh, scheiße. Haben die sich gerade gut gedeckt. Hm. Sieht schlecht aus, Leute. Noch. Noch. Wir werden das Ganze hier rocken. So, ich sollte aber noch nicht mehr im Combat mal nicht begeben. So, der Typ da hinten. Die ich natürlich nicht erwische. So, der Typ erwischt. So, ich hab... Mann, Mist, ey. Von Jackie erledigt. Der mich gefühlt nur einmal getroffen hat. Aber anscheinend ist die Waffe so cool. Habe noch keine große Ahnung. Von den Waffensets hier. So, oh Gott, macht der denn da? Du komm her, du Sau. Boom! Er ist einfach wieder weg! Wo ist er hin? Hat er sich weggeportiert? Nee, da ist er. So. Okay, erledigt. Sind denn natürlich genau jetzt alle? Du Sau! Komm her! Okay, die folge ich. Uuuuh! Und Tschüss! Ja, yeah! Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Jackie erledigt. Gut. Das gefällt mir gut. So. Hm? Wie geht der da inna rum? Komm her! Komm her, du Sau! Da sieht der mich. Äh. Schade hab ich nicht gesehen. So, da ist er. Yeah! Schon von hinten wieder angeschlichen. Hat er gar nicht kommen sehen, Alter. Vielleicht hat er auch gar nicht auf die Karte geguckt, ob wir hier irgendwie gerade gut dabei sind oder nicht. Ich halt einfach nur noch rauf. Oh, war ja. Könnten wir aber geschafft haben. Äh, doch. Das müsste eigentlich unser... Yes, man! Schon wieder gewinnt. Es gibt wieder ordentlich Punkte, ey. Plus 300. Mh, 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 mh. So, okay. Das war eigentlich schlecht. Aber was soll's. Wir haben als Team gewonnen, ne? Das war das Richtige. Boah. Wenn alles gut läuft, nochmal so krass, dann brauche ich noch zwei Runden. Und dann habe ich wieder ein Level-Up. Hm, hm. So, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Oh, wieder alles schnell, die wollen alle mitmachen. Toller Hecht sind wir schon, ey. Plus 3,5. Plus 3,5? Was heißt denn das? An Geld? Oder? Hm. Naja, werden wir ja sehen. Okay, dann nach zwei Kämpfen habe ich wieder 5 pro Part gemacht. Dann machen wir den nächsten Part. Nur schon mal zur Vorbereitung noch einen Online-Part. Also nochmal 5 Kämpfe. Und dann würde ich halt sagen, mache ich erstmal Amiibos und warte eure Kommentare ab. Weil ihr habt, ehrlich, ich weiß ja, ihr habt alle gesagt, ja, online, mach mal mehr online und so. Aber vielleicht denkt ihr euch jetzt auch schon nach drei Parts irgendwie, okay, Marcel, ist doch zu viel. Machen wir doch lieber die Amiibos. Wenn ich die Amiibos habe, kann ich ja auch noch zwischendurch, zwischen den Amiibo-Missionen oder sowas, nochmal Online-Kämpfe machen. Dann auf jeden Fall will ich halt Rangkämpfe auch nochmal zeigen, wofür ich aber leider erstmal Stufe 10 werden muss. Und ich glaube, das ist wirklich auch das Spiel besser. Ihr seht ja, wie lange das hier dauert. Ich glaube, es ist ja nicht so, dass ich pro Part eine Stufe steigen würde. Das ist ja, glaube ich, nicht so. Das ist ein bisschen utopisch, dass es ja immer länger dauert. Oh Mann, zum Einfernen ist der aber echt nicht gut, ey. Das ist alles hier immer so, so, so klecksmäßig. So, aber eben gerade war das aber geil, wie ich da die Leute getroffen habe. Oh. Mann, Dürchen, Mann! So, ich glaube, der wird gerade so eine Knarre starten, glaube ich, oder? Der hat so eine Rakete auf dem Rücken gehabt. Oh. Äh, hab ich erwischt? Ich hab ihn erwischt. Okay. So, dann kommt euch langsam hier ein Pfad hier wieder. Ja, oh. Ja, ist er wieder durch. Geil. So. Äh. Ich hab keine Ahnung, was das gemacht hat. Wah. Oh Gott. Ich hab einfach wieder mein Special gemacht. Oh, nur zu wissen, was es tut. Was ist denn da oben? Oh, haben sie das Pogot gemacht? Ja. Okay, das ist noch einer. Überraschung! Komm her. Wo ist er? Wo ist er? Verdammt, der ist weg. Der ist weg, der Schwamm. Ah. Er ist hinter mir. Goll. Ah. Oh, ich hab ihn trotzdem auch erledigt. Okay. Ah. Alles klar, alles klar. So, lass mich mal bitte da hin. Äh, warte. Halt da hin. Yeah. Ach, der hat mich gesehen. Der hat mich kommen sehen. Verdammt. Hm, 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 hm. Na gut, äh. Kann man ja nichts tun, ne? So, okay. Ich geh mal wieder ein bisschen von hinten vor. So, du, 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 du. Hier haben wir das wieder zurückerobern. Hier die olle Stelle. So, jetzt mach ich mal von hier oben platt. Oh, nein! Oh, Mist. Darf ich halt den nicht trocken? Hm. Oh, oh. Verdammt, wir verlieren unsere Siegesserie. Unsere Siegesserie. Geht flöten, Mann. Oh, oh. Na komm. Hä? Oh, ich wollte schon sagen, ey. Ganz komisch, gerade weggeportet. Irgendwie so zuzu, zuzu. Wegen diesen bekannten Online-Phänomenen. Aber ey, ist ja alles so schlimm, oder? So. Eins. Zwei. Yeah! Ey, da. Voll wieder gekillt. Nacheinander, ey. War das gut? War das gut? Ey, Leute, los. Schreibt, ob das gut war. Ne, war total scheiße, Marcel. Okay. Okay. So. Kann er mal wieder Bombs-Away machen. Oh. Verdammt. Da hat er sich angeschlichen. Ich hab nicht auf meine Umgebung geachtet. Oh, noch zehn Sekunden. Aber es sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Noch ein bisschen hier rumballern. Und noch einen mitnehmen. Yeah! Noch einen mitgenommen, Alter. Haben wir auch geschafft. Den haben wir auch geschafft. Geil, 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 geil. Nein. Du-du-di-au-ung. Ey, wir haben coole Teamleute dabei, ey. Sind alle ja nicht schlecht drauf. So, wieder plus 1000, ey. Geil, ich habe auch noch eine Runde der Mystic. Den Level-up geschafft haben. Weil ich jetzt nicht total mies bin. Ja, den Level-up. Reichen ja sogar 700 Punkte. Also ich kann mich sogar ein bisschen blöder anstellen als eigentlich gedacht. Einkaufen machen wir noch, ne? Und das wird auch nicht lange gedauert. Ey, die machen alle noch mit. Und wir sind jetzt schon ein toller Hecht. 4 plus 5, ey. Ne, plus 4,5. Macht aber echt Spaß. Doch, das macht Spaß, ich die Revierkämpfe. Und halt immer durchgemischt und sowas alles, aber ist ja auch so, dass da kommt ja noch einiges. Entendert da noch einiges vor. Ich weiß gar nicht, was noch so ist zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade hier halt aufnehme. Ich weiß gar nicht, was bis dahin schon alles dann öffentlich gemacht ist und so. Ach du Scheiße, ein Kleckser, aber auf jeden Fall ist er noch so, da fehlt ja noch ganz viel. Da fehlt ja noch sowas wie eine Lobby und sowas alles, damit Leute sich halt bewusst Clans bilden können und so. Da fehlt ja alles noch. Aber da kommt alles noch, würde ich mal behaupten. Das ist ja der nächste logische Schritt, ne? Ich weiß gar nicht, wie weit Nintendo das offiziell angekündigt hat, aber das werden sie machen. Das ist ja nur mal so bei so einem Online-Shootern. So, haben wir hier einen. Diesen Typen! Dieser Typ, Mann! Achso, nächster, unser. Du bist ja dieser Typ. So. Den hab ich down gemacht. Der war down. Voll cool. So sieht sie aus. Das große Gebiet hier hört schon fast uns wieder. Okay, da sind jetzt zwei. Das können die wieder alleine machen. Da müssen nicht drei rumhocken. So, die sind hier alle hier. So ein R-Scheiß. Ist doch alles. Oh, doch ein Kleiner. Na, komm mal her. Oh, jetzt wartet der auf mich, wa? Ah! Abischt! Okay. Hm. Hm. So, alles hier. Anmalen. Hups! Mal eine Bombe werfen. Oh, Glück, 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 Glück. Die Dinger aber auch. Ich finde, die Bomben kann man eigentlich immer richtig gut ausweichen. Also wenn ich sie werfe jedenfalls, würde man immer auswischen. Aber ich bin einfach zu schlecht. Machst du nach oben! Das ist ja wahrscheinlich nicht. Äh, mich auch nicht. Nee, wirst du okay, das ist ja jetzt ein bisschen Kampfgewind. Windmühlen. Das bringt doch nichts. Ich geh mal lieber hier hoch. Hä? Tobi, tschüss Mann! So. Muss ich natürlich auch aufpassen, dass ich irgendeiner hier auf dem Rückenrand liegt. Ich geh mal hier lang. Alles schön mitnehmen. Ich bin da alle. Ist die irgendwo in der? Ich hoffe nicht. So, wow. Ah, cool, ein Kumpel. Hab da einfach meinen Streetsport ausgenutzt. So, ich hab hier den Weg schon hier eben, die kommen ja alle jetzt hoch. Alles klar. Mir kam wieder so ein komisches Teil hier wieder. So, wie sieht's hier aus, Leute? Kommt ihr soweit klar? Ah, sieht aber sehr gut aus. Sehr gut sieht das aus. Hups! Oder auch mal hier alles noch. Kann nicht schaden, Leute. Das kann nicht schaden, die ganzen Flächen hier mitzunehmen. Jetzt bin ich hier auch gerade alleine. Okay, dann markiert man hier. Da ist ja eh nicht mehr viel Zeit. Oh, klick, klick, klick. So. Okay. Viel Zeit ist nicht mehr. Deswegen nur noch um die Kleinigkeiten kümmern hier. War so eine Reichweite fies. Okay, sieht aber sehr gut aus für uns. Sehr gut, muss ich mal sagen. So, es kommt schon. Und... Ab geht's. So, ich komme jetzt nochmal die letzten Sekunden hier drum. Und tschüss. Und tschüss. Verdammt, ich habe ihn aber auch nicht drauf. Ich habe auch nicht drauf. Oder war halt noch der von eben. Egal. Leute, das ist auch eine coole Runde. Das haben wir auch im Kasten. Geil, Mann. Ja. Sehr schöne Runde. Ich würde da am liebsten jetzt ja nicht aufhören. Ähm. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh yes. Weil das läuft gerade so gut. Also wir sagen, wir sind bei euch beide in dem Part jetzt einfach mal hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Ja. Und dann mal einfach die Runde hier weitermachen. Weil die sind gerade so cool. Ich würde auch gerne die Waffe behalten wollen. Ähm. Aber erstmal. Level up. So. Okay, oder. Ich weiß nicht, oder? Wechsel ich die Waffe oder nicht? Ah, ich wechsle mal die Waffe. Ja, bis zum nächsten Mal. Okay, dann machen wir doch mal. Welten wir doch so den Part. Schade, dann verlasse ich zwar mein Team. Ähm. Weil das war gerade ziemlich, ziemlich cool. Ich hoffe, das nächste Team, was ich denn reingebauten werde, wird genauso. So. Okay, weil den wir dann mit dem Waffe... Ich will den Pinsel haben. Der ist geil. Hast du den nicht für mich, diesen coolen Schwingerpinsel? Ich hab... Äh, nee, was hat er denn da? Hallo, hallo! Welche Waffe darfst du denn heute sein? Hat sich gehört, du bist cooler geworden. Jetzt habe ich den Spectator... Sepiator Alpha. Probieren wir mal aus. Der Sepiator Alpha ist kein Schuss... Kein Schussweitwunder, aber ein Ass im Aufladen. Der Detektor spielt dann auf ein Kugelschild. Okay. Hier, das Ding hier. Sieht ja crazy aus. Wann kriegen wir den Pinsel ab? Stufe 8 erstmal. Der ist so geil. Ähm. Ich glaube, ich würde das Ding hier mal nehmen. Ähm. 800 mit Sternchen. Ähm. Junior Klexa Plus. Der Junior Klexa ist ja wohl nicht so schlecht, ne? Ähm. Feuerrad. Boah, Feuerrad ist geil. Ähm. Hier der... Naja, der Konzentratein finde ich jetzt nicht so cool. Bin ich jetzt nicht so der Typ hier, der mit sowas immer zockt. Ich werde die Waffe hier mal nehmen. Ähm. Feuerkraft, Reichweite und Feuerrad. Das ist ja langsame. Ich probiere die einfach mal aus. 3000 Kufen. Und gleich mal anlegen. Vielen Dank, Mann! So, ja. Wie gesagt. Und ich hole mir auch noch keine neue Russie. Im nächsten Part wird sich meine Rüstung, die Kabel jetzt vollständig aufgelevelt haben. Fehlt ja nicht mehr für Erfahrungsmitte, wie ihr ja gesehen habt. Und, ähm, und, ähm, ja. Dann zieht mir andere Klamotten an auf dem Video einfach nur auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao!